Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das heißt, alles, was du mit dem Körper anfällst, was du riechst, fühlst, schmeckst, hörst, wirst du besser behalten, besser bemerken, weil du es körperlich gelernt hast. Heute wollen wir einen Menschen umbringen. Okay? Umbringen einen Menschen. Wie kann ich einen Menschen umbringen? Das Leiden hat in der deutschen Sprache übrigens sehr viele Facetten. Trauer, Schmerz, Leid, Grausamkeit. Ich kenne ein sehr schönes Märchen. Darf ich es Ihnen erzählen?